Die Kraft der Sonne. Lebensspendend, unerschöpflich, absolut umweltfreundlich und dank Solarenergie auf verschiedenste Weise nutzbar. Ob Kapitalanlage, Imagegewinn oder nachhaltiger Stromerzeuger, Photovoltaikanlagen sind Investitionen in die Zukunft. Damit diese zuverlässig arbeiten, brauchen Sie einen Partner, dem Sie vertrauen können. Mit Anlagen von Orange Solar schonen Sie die Natur und erzielen langfristig attraktive Renditen. Heute stellt Ihnen Geschäftsführer Daniel Brandl das Unternehmen vor. Herzlich willkommen bei Orange Solar. Wir zeigen jetzt, wie Sie in wenigen Schritten zu Ihrer Solaranlage kommen. Photovoltaik ist saubere Energie mit besten Zukunftsaussichten. Potenzielle Nutzer der Orange Solaranlagen gibt es viele. Privathaushalte, landwirtschaftliche Nutzgebäude wie Scheunen oder industrielle Großanlagen. Ertragsstarke Kapitalanlage in Verbindung mit ökologischen Zielen. Der erste Schritt in Richtung Unabhängigkeit von Energieversorgungsunternehmen. Jeder kann von Sonnenenergie profitieren. Auch individuelle Konstruktionen sind für Orange Solar kein Problem, wie bei der Firma Stickel in Löchgau. Also Herr Stickel, wir haben ja jetzt die über 1400 Module montiert. Wir haben die Dachdurchdringungen gemacht mit den Überspannträgern letztlich und haben Stranglängen von 14 bis 20 Module mit den Absolarmodulen mit 185 Watt. Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Witterungsbeständigkeit war für die vielen hunderte Anlagen die Grundlage. Aus diesem Erfahrungstopf schöpfen wir für jede neue Anlage, denn für uns ist die Zufriedenheit des Kunden entscheidend. Ja, der Eindruck von Orange Solar war bei uns sehr gut. Das ging los bei der Beratung. Wir fanden uns jederzeit gut aufgehoben bei ihnen in der Beratung. Ich finde auch, wir haben ein sehr gutes Preis-Leistungs-Meitern, Preis-Leistungs-Verhältnis miteinander hinbekommen. Und die Installation war super und wir sind sehr, sehr zufrieden mit der Lösung und hatten bisher noch keine Probleme mit der Anlage. Also wir waren eigentlich absolut sehr zufrieden. Die Anlage, es waren ungefähr so rund 800 Quadratmeter und die Firma Orange Solar hat drei Tage gebraucht, um die Unterkonstruktion zu setzen, die Module zu installieren, die Kabel zu ziehen und man sieht auch eigentlich hier, wie sauber die Baustelle dann auch wieder verlassen wurde. Also wir können eigentlich hoch zufrieden sein. Qualität und Ertrag spielen eine wichtige Rolle. Schließlich sind die schlüsselfertigen Anlagen ein langfristig angelegtes Kapital. 25 bis 30 Jahre beträgt die Laufzeit in der Regel. Nach 8 bis 10 Jahren sollen sie die Investition zurückbezahlt haben. Umso wichtiger, dass alle Bausteine ineinander greifen. Ingenieur-Teams von Orange Solar planen diese bis ins letzte Detail. Vom Kabelbaum bis zur Dachbefestigung wird darauf geachtet, dass alles optimal verarbeitet ist. So sind die Erträge während der gesamten Betriebszeit garantiert. Qualität hat für Orange Solar also höchste Priorität. Unsere harten Auswahlkriterien bestimmen über die Produktauswahl. Wir verfügen über einen großen Erfahrungsschatz und wir verkaufen Ihnen nichts, was wir selbst nicht verwenden würden. Durch unsere langfristige Erfahrung haben wir einfach festgestellt, dass sich gewisse Marken herauskristallisiert haben für unsere Anwendungen. Und da ist ganz aktuell unsere Hausmarke, nennen wir es mal so, mit Absola jetzt auch hervorgegangen im Öko-Test als Testsieger. Mit dem Produkt haben wir schon über drei Jahre Erfahrung, was letztendlich unsere Produktauswahl unterstreicht. Eine Photovoltaikanlage über Orange Solar zu beziehen, hat also viele Vorteile. Doch wie kommt sie überhaupt aufs Dach? Um das herauszufinden, besuchen wir gemeinsam mit Herrn Brandl die Firma Holzhauf in Leingarten. Also wir beginnen in der Regel immer mit der Absturzsicherungsmaßnahme, weil uns der Arbeitsschutz für unsere Mitarbeiter sehr am Herzen liegt. Im Anschluss wird die Anlage eingemessen und dann wird mit der Unterkonstruktion begonnen, dies individuell auf die Dachsituation anzupassen. Jetzt hier bei der Holzhandlung Hauf haben wir fast 300 Kilowatt montiert mit unterschiedlichsten Befestigungssystemen. Danach kommen die Kabelverlegungen, Module, werden einfach nur noch aufgeklemmt auf die Unterkonstruktion und dann wird die Anlage elektrisch in Betrieb genommen und wir verlassen die Baustelle. Mit der erfolgreichen Installation der Photovoltaikanlage hören Betreuung und Service längst nicht auf. Zu unseren Leistungen gehört neben des zweijährigen kostenfreien und umfangreichen After-Sales-Service auch eine ausführliche, einzigartige Dokumentation der Photovoltaikanlage. Also wir übergeben die Anlage in erster Linie mal einen sehr langwierigen Prozess an unsere Kunden, erklären die Anlage, erklären auch wie man die Anlage letztlich vergleichen kann, dass sie wirklich optimal läuft, dass Fehler, mögliche Fehler, die entstehen können, gleich entdeckt werden und somit ein sicherer Betrieb über die gesamte Zeit gewährleistet ist. Die Vorstellungen von einer optimalen Solaranlage sind von Kunde zu Kunde verschieden. Photovoltaiknutzer Herr Hauf hat für Interessenten noch ein paar Tipps parat. Ja, ich würde auf jeden Fall empfehlen, sich mehrere Unternehmen anzuschauen, wo die Unterschiede sind, dass man auch ein Gefühl bekommt für den Markt, für den Preis und da wird man schnell merken, wo die Vor- und Nachteile sind und sich dann für das Unternehmen entscheiden. Ja, ich würde auf jeden Fall empfehlen, 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 Vielen Dank.